Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Es ist Auftakt in die englische Woche für den 1. FC Magdeburg. Am Sonntag geht es zum Auftakt dieser Woche für unsere Mannschaft nach Zwickau. Der zweite Spieltag steht an in der GGZ-Arena im Stadion Zwickau. Wartet der heimische FSV um 14 Uhr und gepfiffen wird diese Partie von Schiedsrichter Robert Kempter. Nicht ganz unbekannt. Uns werden mindestens 1400 FCM-Fans begleiten. Es steht vor Ort noch ein weiterer Blog zur Verfügung, den der FSV extra für die FCM-Fans zur Verfügung stellt. Die Gäste-Tageskasse und Einlassbeginn sind dann um 11.30 Uhr, also Tageskasse 11.30 Uhr geöffnet. Es gibt noch Tickets vor Ort und natürlich freut sich die Mannschaft da auf eine tatkräftige Unterstützung bei den Sachsen. Und ja, an meiner Seite darf ich unseren Cheftrainer Stefan Krämer begrüßen und unseren Abwehrmann Timo Pertl. Stefan Krämer, eine harte Woche liegt hinter ihren oder hinter deinen Jungs besser gesagt. Es ist jetzt nur noch eine Einheit bis zum Sonntag dann. Es war eine harte Woche in der Hinsicht, dass die Temperaturen hier in Magdeburg sehr heiß sind. Wie schaut es da aus? Wie sind die Jungs drauf? Wie sind deine Jungs drauf? Und wer fehlt eventuell? Ja, hallo zusammen. Ich fange mit dem Personal an. Okay, ich fange mit dem Personal an. Gesund sind alle, die jetzt letzte Woche auch dabei waren. Klar, Rota ist gesperrt, dafür kommt Koglin nach seiner Gelb-Rotsperre aus der letzten Saison wieder dazu. Ja, klar war es relativ warm, aber in ganz Deutschland ja, nicht nur in Magdeburg. Und wir haben jetzt von der Trainingsintensität keine große Rücksicht genommen. Das Einzige, was wir gemacht haben, haben. Wir haben das Training in die früheren Morgenstunden gelegt, weil es da noch ein bisschen angenehmer ist. Aber vom Umfang und von der Intensität haben wir das durchgezogen körperlich, was du in der Phase auch noch durchziehen musst. Wir waren Mittwoch sehr, eigentlich fast am heißesten Tag, fast zwei Stunden draußen, weil das auch die letzte Einheit war, wo man jetzt vor der englischen Woche körperlich nochmal drauf packen konnte. Das haben die Jungs super genommen, überhaupt kein Problem. Körperlich sind wir in einem sehr guten Zustand, muss ich wirklich sagen. Und taktisch ging es in dieser Woche viel um, naja, wie sicherst du mögliche Ballverluste ab? Also wie muss die Statik der Mannschaft sein, dass du, wenn du im Ballbesitz bist und den Ball verlierst, trotzdem nicht so konteranfällig bist, wie wir es teilweise am Samstag waren? Das war ein Schwerpunkt. Es ging um zweite Bälle, es ging um die Ballzirkulation, es ging viel um die Arbeit im Detail, welchen Fuß muss ich wann anspielen, um einen flüssigen Ballbesitz und einen stabilen Ballbesitz zu gewährleisten. Also wir haben relativ viele Inhalte in die Woche reingepackt und ich bin mit der Trainingswoche total einverstanden, total zufrieden und von mir aus kann es losgehen. Ja, losgehen kann es auch am Sonntag, wenn Zwickau wartet, ein tolles Ostduell für beide Mannschaften. Was erwartet uns aus deiner Sicht dort vor Ort? Ist ja doch ein sehr schwer zu bespielender Gegner, denke ich mal. Ja, sie sind ja anders wie wir erfolgreich in die Saison gestartet, haben das in Meppen sehr, sehr gut gemacht, in unterschiedlichen Grundformationen, 3-5-2, 4-4-2, haben da sehr flexibel agiert, haben mit Joe Enox einen sehr erfahrenen, guten Trainer, haben sehr diszipliniert, sehr zweikampfstark, sehr geschlossen sind sie aufgetreten und das sind ja auch alles Attribute, die die schon seit Jahren verkörpern und in Zwickau ist ein heißes Pflaster, da musst du alles in die Waagschale werfen, wenn du da was holen willst, aber die Trainingswoche und auch die Art und Weise, wie wir mit der ersten Enttäuschung umgegangen sind, intern, die macht mir, also ich glaube, dass wir eine Chance haben, da zu gewinnen. Danke, Trainer. Timo, als unser Co-Captain freue ich mich, dass du heute bei uns bist. Und diese intensive Woche neigt sich dem Ende entgegen, wie groß ist deine Vorfreude, dass es jetzt dann doch weitergeht nach dieser Auftakt-Niederlage gegen Braunschweig und ja, wie ist so aus deiner Sicht die Stimmung in der Mannschaft? Ja, die Stimmung ist gut, also Trainer hat es ja gesagt, wir haben das sehr schnell aufgearbeitet, natürlich haben wir in Braunschweig, ja, haben wir das Spiel verloren, durch unsere eigenen Fehler, ich denke, das passiert kein zweites Mal und die Mannschaft ist bereit und ja, ich freue mich aufs Spiel. Okay, danke, kurz und knackig. Dann geht es über, zu Ihren Fragen, gibt es Fragen ihrerseits? Michael Nowak beginnt, bitte. Krimmer, Sie haben eben darüber gesprochen, die eigenen Stärken in Zwickau zu zeigen, wie schwer wird das, weil alle gehen davon aus, dass da richtig Beton angerührt ist, erwarten Sie da noch eine dichtere Abwehr und noch tieferes Stehen als zum Beispiel gegen Braunschweig? Auch das wird immer wieder unterschiedliche Phasen geben, also in Meppen hatte Zwickau auch viele Momente, wo sie mit vielen Spielern vor dem Ball waren und mit vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte, also es ist nicht so, dass sie nur ihre eigene Hälfte abschließen, sondern im Gegenteil, also für ein Auswärtsspiel haben sie viele Phasen gehabt, wie gesagt, wo sie auch sehr aktiv waren und mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken denke ich mir, dass sie auch dann vor vielleicht Ausverkaufs im Haus selber aktiv im Spiel sein werden und wollen und da muss man eben sehen, wie sich das entwickelt. Manuel Heuscher, bitte. Eine Frage zu Anthony Rotschen, der nach seiner Verletzung wieder eingestiegen ist in dieser Woche. Wie haben Sie bisher in den ganzen Wochen in der Vorbereitung gesehen und ist ja eventuell bereits in Zwickau schon eine Alternative für den Kader? Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir haben ja noch eine Einheit und wir müssen gleich auch noch ein bisschen diskutieren, weil es ist immer wichtig, dass auf der Bank alle Möglichkeiten, die so passieren können, können in so einem Spiel abgedeckt sind. Dass wir eine sehr, also eine Bank haben, wo man auf alles reagieren kann und das könnte durchaus sein, dass wir ihn mitnehmen, weil in Zwickau, je nachdem wie das Spiel sich entwickelt, auch viele körperlich stark und große Spieler, je nachdem gefragt sein werden oder gefragt sein könnten. Grundsätzlich hat er nach seiner Verletzung sehr, sehr, also eigentlich war die Verletzung länger angekündigt, seine Ausfallzeit länger geplant, wie gedacht. Also er war sehr, sehr fleißig in der Reha. Finden wir alle super, wie er da gearbeitet hat. Ist jetzt eine Woche wieder auf dem Platz, hat da auch schon gute Ansätze gezeigt. So die ersten 14 Tage hatte ich schon den Eindruck, dass er sich erst mal gewöhnen muss. Das ist aber ganz oft so, wenn du aus U23-Mannschaften kommst, ist die Umstellung auf eine reine erste Profimannschaft schon nochmal ein Tick was anderes. Aber ich habe im Moment den Eindruck, dass die Entwicklung ganz gut vorangeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir den Sonntag schon dabei haben. Wenn wir gerade bei dem Kader sind, Herr, die Frage, Burmheuer, ich hoffe nicht, dass es zum Standard wird, dass Sie jetzt hier jedes Mal waren müssen oder sagen, wir wissen es noch nicht. Ist das so kompliziert, dass man sich so lange hinzieht, dass man nicht mal weiß, was es ist? Also es steht definitiv und die, also ich bin jetzt auch kein Mediziner und kann nur das wiedergeben, was ich selber gesagt bekomme, es steht noch eine wichtige Untersuchung an, die kann aber erst nach einer gewissen Zeit erfolgen und bis diese genaue Diagnose feststeht, das wird so in drei Wochen sein, tipp ich, werden wir so arbeiten müssen wie jetzt, dass wir nicht genau sagen können, was wirklich los ist. Da müssen wir eben noch abwarten. Das heißt, da steht Ihnen auch im Mindestruss im Monat erst mal weiterhin zur Verfügung, wenn drei Wochen noch zu verbiere Diagnose, Mindestruss dauert? Ja. Ja, Anschlussfrage. Anschlussfrage, Neuverpflichtung, ist das noch eine Variante? Denn die Liste ist ja noch offen, also die Transferliste. Ja, ja, verstehe ich schon. Also ich würde dem Jungen und uns sehr wünschen, dass wir in drei Wochen alle wieder lächelnd aus der Ärztekabine kommen und er kann wieder ins Training einsteigen, das wäre mir am allerliebsten und alles andere müssen wir einfach abwarten, wie dann die Diagnose ist. Also das ist wirklich jetzt Fischen im Trüben, da würde ich jetzt auch keine Wasserstandsmeldung abgeben wollen, das müssen wir dann entscheiden, wenn dann wirklich die Diagnose gestellt ist. Dann sehe ich keine weitere Handzeichen. Vielen Dank an dieser Stelle, wir stehen jetzt noch für die abgesetzten Töne zur Verfügung. Danke. 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 Danke.